Drück auf die Tube! Verstanden? Ok, Wyatt. Check vorne! Drück weiter auf die Tube! Schatz! Seht ihr das Ding richtig nett? Ja! Komm schon! Komm schon! Beide getiefst! Auf 10 Uhr! Weg anhalten! Warte! Das nimmt deine Hände! Da kommt noch jeder! Schatz! Feuer die Waffe! Los, Feuer! Siehst! Los! Los, los, los! Feindliche Boote weiter unten! Komm! Weg anhalten! Werden vor sich die Grenzen! Sieh ihre Fichte! Los, los, weiter! Schiengewehr! Schillig es! Die Jungs-Beteckung! 诺 х fucken! Schaufe! Dieảmacht! Die Haubbote sind da unten? Kommt hier rüber! Freie! Schnell! Spreng die Tür! Zurück! Die große Gruppe sollen ein U-Boot in den Bunker da drüben gesteuert haben. Mit etwas Glück sind sie noch da! Wenn nicht, hat der Wissenschaftler recht und wir sind tot! Wir werden gleich alles zusammenstürzen! Wir sollten uns... Komm schon. Ja, da! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Who's getting to the front? Armeu! Pusat! Fass més! Der ist die Latsch! 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 Die Latsch! Das Robo dringt ab! Dringt ab! Beheilt euch! Gebt ihr Deckung! Jetzt kommt er riecht! Los, los, Bewegung! Mach die scheiß Luke auf! Wir haben's geschafft! Wir haben's! Siehst du, Wyatt? Ich hab doch gesagt, wir schaffen's! Oh, mein Gott, wir haben ihn! Oh, mein Gott, wir haben ihn! Einem Interview, dass sich der russische-amerikanische Krieg für ein bisschen wahrscheinlich...